2016 begeht die Österreichische Nationalbank ihren 200. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums widmen zwar ebenso traditionsreiche österreichische Unternehmen die Münze Österreich AG und die Österreichische Post AG, der ÖNB eine 2 Euro Sondermünze sowie eine 1 Euro Jubiläumsbriefmarke und setzen damit ein Zeichen für eine gemeinsame Geschichte. Das Hauptmotiv der beiden Sonderausgaben entstammt dem Steinrelief des ÖNB-Eingangsportals. Es sind Figuren der griechischen Mythologie. Die Göttin Fortuna und der Gott Merkur zieren die Rückseite der 2 Euro Münze und sind zentrales Motiv der 1 Euro Briefmarke. Eine reibungslose Erfüllung ihrer Zahlungsverkehrsaufgaben, aber auch ihrer ablauforganisatorischen Aufgaben wäre der ÖNB ohne die verlässlichen Dienste ihrer beiden Partnerinnen Münze Österreich AG und Österreichische Post AG nicht möglich. Ab 18. Jänner 2016 können Sie sowohl die 2 Euro Sonderumlaufmünze als auch die 1 Euro Jubiläumsbriefmarke in Ihren Händen halten. 200 Jahre Traditionen, Werte, Sicherheit und Stabilität verbinden die ÖNB mit ihren Partnerinnen. 100 Jahre Traditionen, Werte, Sicherheit und Stabilität und Stabilität